so ja leute herzlich willkommen zu einem neuen live stream auf meinem erstkanal ich hoffe euch geht's gut mir geht's gut wir starten direkt rein ich mach's nochmal rein wir warten auf bunt kurz der lockt sich schnell um der hund ne ja wir warten einfach ganz kurz auf bunt und dann legen wir los ah da ist doch bunt merken was geht bunt was geht los schicken was geht das ding ist der film gestern war ultra geil eigentlich ich habe nebenbei immer eine passator sauer gemacht im process gespielt ich habe die keycaps alle entfügt oh nein das ist nicht gut ja das ist gar nicht gut wenn er so früh schon anfängt das kann nicht gut anfangen kann kein gutes zeichen sein ich weiß nicht ich kann das ja mal googeln ich war jetzt extra für pc was das denn sein kann weil es muss definitiv definitiv an der zunsch liegen das hätte dann 60 euro gekostet das letzte was auch verpackt war hat 20 gekostet ich hatte noch nie ein netzel was nicht verpackt war hat ein kleines ein ein es ist ein es gibt so eine person die mich einfach mehr Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie es das letzte, echt was. Du hast doch bestimmt schon den Club-Check geguckt, oder? Före? Ähm, nee. Na gut, dann guck erstmal da rein, dann weißt du sofort, welche Person mich untertrigger. Da hat er einfach zu einer bestimmten Person geschrieben auf Rich-Abkommen. Dazu ein normaler Zuschauer, der abfragt aber dieser Lukas da da. Der hat's nur so sich gedacht, ey Bro, ich würd den Typen gerne adden. Und der Typ schreibt einfach so richtig arrogant, ich nehm leider nur Leute mit 35k in meinen F-Ab. Mist, der mit Verkehrer. Nee. Der arme Typ, Digga, Lukas mit 35k dachte sich nur so, du willst mich eigentlich schaust. Mist, der mit einfach Ehrenmann. Nee, der arme Lukas. Ich will aber, du darfst nicht mehr. Viel Spaß, Manni. Sind wir jetzt eigentlich tot? Was ist denn gestern passiert? Ist denn auch gestern irgendwas passiert? Weißt du das? Lieb mal am Bombenkrieg, was? Was? Hä, wir holen einfach die Karte von denen, die soll man chillen, ja. Nicht tätig. Wir gehen nach Rocky. Auch wenn ich den Ort nicht mal mehr seh. Aber ich weiß wie's halt. Rocky ist gut. Ja. Zu Rocky. Alter, ich hol mir bald ne bessere CPU für mein PC. Wunderschön. Das heißt, heranmelden, ich kenn auch bald 1.8 Spiele. Das Ding ist, alles in meinem PC ist eigentlich gut, aber meine CPU ist grottig lamsang, Digga. Ich hab zwei Kerne, zwei Freds. Das ist so lamsang. Aber vom Preis hat sich's halt gelohnt. Weil so ne CPU, die ich mir jetzt kaufen möchte, kostet 20 Euro. Philipp, warum lande ich hier? Ist keine Waffe. Hast du ne Waffe für mich? Hast du ne Waffe für mich? Hast du ne Waffe für mich da oben? Hast du irgendwas? Danke. Die ist nicht mal nachgeladen. Die hat 15 Schuss. Der ist da unten. Soll ich? Na, scheiß, hab ich nicht wunderpushen. Ich wohne hier. Hinter uns, hinter uns. Ja, alles unter uns. Ey, der Slide war so wichtig, ne? Dadurch haben wir den Dreh so verwirft. Alter, der läsert, der handlers rein. Ja, ich hab den so gehört eben. Ins Ab. Ja, what the hell. Ey. Der ist straight out nur reiner. So'n geiler Typ. Bin sehr sympathischer Typ. Du weißt jetzt, dass er sich noch auf einen Jacks macht. Lukas was geht. Nee, geht's gerund, ja. Ey, ist das der Lukas aus dem Clubfett, der das gefragt hat? Wäre interessant, Mann. Warum macht Schokolade glücklich? Warum macht Alkoholsüchtig? Warum macht meiner eine Inventur? What the fuck? Warum macht Ballsport? Warum macht Matchensport? Vor allem, Digga, was ist das? Was? Klär doch mal diese Nachrichten an. Aus was? Von Fortnite. Gegenstände deaktiviert auf Problem. Nein, das ist eine Bild. What the fuck? Ja, einfach Sex. Was ist denn deaktiviert? Keine Ahnung. Ja, mein Headset rauscht nicht. Warum sollte mein Headset rauschen? Mein Headset raucht. Das ist gar nicht gut. Mikrofon rauschen. Na, was ist denn das? Headset-Geräusche? Aber irgendwie, wie... Wie fragt man das? Headset macht komische Geräusche. Oh nein, das ist bei gute Fragepunkt nicht. Das kann gar nicht gut sein. Ach soo. Philipp, weißt du, was ich machen soll? Meine Headset einmal ein- und ausstecken. Und dann geht's wieder. Lol. Hä, das wusste ich gar nicht. Oh mein Gott. So ein guter Tipp, Digga. Alter. Dafür werde ich mir jetzt ein Abo kaufen. Yo, ich steck das Headset aus. Ach soo, klar. Ne, darauf wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Also das... erstmal wieder. Philipp. Du musst dein Headset rausziehen. Warum entslimmst du mir das gerne? Ne. Wirklich. Also. Also. So einen Tipp hatte ich wirklich noch nie gehabt. Der ist so gut. Warte, lass dir hin. Das Saver. Alles gut. Ich find's gut, dass Merlin wieder gut geht. Jetzt kann ich mich wieder ausbeuten für Fortnite. Ich weiß. Merlin benutzt mich immer für Bot-Lobbys. Ich bin zur Rot-Markierung geflogen, Philipp. Ich bin so los. Let's go. Guter Start? Muss ich echt sagen. Meine Mutter kommt heute nach Hause, ne? Hab ich das schon erwähnt? Hatt ich mal gefragt. Also da könnte es Probleme geben. Aber. Ich hätt's mal nicht. Philipp, da hast'n Gegner. Du musst ihn jetzt töten. Philipp, da hast'n Gegner. Du musst ihn jetzt töten. Die haben beide ne Heavy. Das ist gar nicht gut. Ich würf' den mal weg, ne? Soll ich würf'n? Ich würf' da. Ich würf' den Philipp, okay? Sind beide Waffen? Kann ich's tutieren, Philipp? Du sollst mir einfach helfen. Wenn du ne Waffe hast. Ich hab' nichts. Nein, nein, nein. Ich geh' da hin und hol' mir ne Waffe. Zu diesem gelben Haus hier. Ich hab' ne Heavy. Hab' einen. Schlag, ich komme. Hab' ne AR, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Schass' das. Hab' beide. Oh mein Gott, das war der Alarm. Fang, die waren so lost. Wichtig. Ja, aber ich wollte es nicht riskieren, jetzt unnötig. Ja, ist okay. Ist auch richtig. Was? Was? Ich wollt' ich eigentlich... Ich wollt' eigentlich... Wir können zum Tresor, den haben die noch nicht geöffnet. Oh, scheiß' mal, Philipp, erst mal Tresor öffnen. Lass' mal auf den Gegner. Ich will aber... Du darfst aber nicht. Wow, so scheiß' dieses Schwert. Hm. Null Dilek. Alles klar. Null Sniper. Hab' ich auch einen. Ach so. WTF, hä, woher? Brauch' mal ab, bitte. Ich weiß, das geht nicht. Dann nehm' ich drei Wignisse mit, hä? Und einen kann ich hier ja noch schlürfen, oder? Wenn ich sowieso nur ein Tresor mitnehmen kann. Ja. Erstmal Fenster zu machen, Digger. Und dann riften. Ja. Irgendwie fehlt ein Rift. Ich weiß auch nicht warum. Hab' keine IP, aber passt schon. Ich hab' ne Rapune. Sweater spielen immer Rapune. Na, Greasy riften, oder was? Nee. In der Richtung Sauen. Ach. Es gab' ein Problem mit dem Energy. Irgendwie hab' ich ihn doch schon getrunken. Gegner. Das ist ganz gut. Haus landen und dann killen. Mission. Hm. Kam nicht mehr zum Haus. Einer Headshot sniped. Knock. Im Haus. Oh. Und pushen. Ah, der ist dahinter, der ist hinter. Ja. Ja. Ja, tschüss. Hab' mich selber hingockt. Ich geh' erstmal auf Finish. Hab' ihn. Ja. Wenn er piekt, geb' ich ihn nicht schossen. Stark. Ah, der hat ganz kurz zu mir gepiekt. Ja. Hab' ihn von hinten wide geschossen. Hab' ihn, hab' hund. Der ist so, der ist so an HP. Hab' ihn. Ich hab' ihn hab' hund. Ich hab' ihn einfach hab' hund. Das hab' ich doch gesagt. Schön bunt. Ist das ein Pixar? Das war ein Stream-Sniper. Hab' ich gesehen, der hieß Cap by. Aber die hatten keine MP, die wollen mich verraschen. Digga, ich bin ein Switch-Spieler. Ich brauch' eine MP. Hallo. Spiel. Dankeschön. Ich hab' drei Bignisse und sechs Chili-Splashes. Die haben einfach'n Lama gehabt, die Leute. Ey, stark Digga, das ist wieder. Wir haben zwei Teams einmal kurz. Ja. Ja. Ja, wie nach Punt. Der ist so scheiße, der Typ. Philipp muss ja wieder abstoppen. Wir gehen erst mal zur Zone. Weißt du, ich lass mich kurz Full Holz haben. Danke. Okay. Bin Full. Ich geh' schon mal vor. Ich mag hier mal ganz kurz Zone. Falls wir irgendwie in einen Fight geraten. Hm, ich brauch' mehr MP noch. Aber sonst geht's gut. Ich hab' sechs Chili... Drei Bigi-Blaue. Ja. Grüne Heavy. Ich bin überall Full. Ja, ich spiel' jetzt mit Linear, ne? Ich hab' gestern drei Stunden lang Linear gespielt. Statement dazu? Ja, bis jetzt... Ja, bis jetzt... Keine Ahnung. Ach, du weißt aber, du hast mein WhatsApp-Status gesehen, ne? Du weißt, wie lange ich schon wach bin. Ja. Keine Ahnung. Ich hab' gesagt, ich verhabe die Nacht. Ich mach' die Nacht durch. Das ist gar nicht gut. Vier Energies und eine Chipspackung sind weg. Ja, drei Energies. Ich hab' die ganze Nacht durchgeballert. Ich hab' so viel erreicht in meinem Minecraft-Welt. Ja, ich wollte eigentlich fordern und BS spielen. Dann hab' ich BS bis zwei Uhr oder so gespielt. Bei den Film über den Narzissen geguckt. Und dann... Bin ich in Minecraft dran. Und hab' Alexa... Oh... Gar nicht gut. Alexa, aus! Nein! Aus! Aus! Alexa, wer ist jetzt Philipp? Ey, jeder kann mitspielen. Einfach rausbruchtechen Epic und weiter kann werden. Also laut Alexa bist du ein weltbekannter Modedesigner, find' ich gut. Ja, bin ich. Blöd. Wissen sehr viele nicht. Gegner. Jerry kam jetzt mal bei mir rein. Ich hab' grad jemanden gesehen. Jerry kam jetzt mal rein. Jerry kam jetzt mal rein. Oh, ich bin der... Oh, ich bin der... Oh, ich bin der... Oh, ich bin der Alexa beleidigt. Bei mir ist der Fick. Ah! Scheiß FIFA-Kiggy. Woher weiß ich das wohl? Digga, keine MP. Hast du eine? Ja, eine graue. Hacker. Aber ich hab' sowieso Spider-Man. Also ich kann der eigentlich gar nichts wegkriegen. Ja, ein Chili. Bunt gehören. Ja, ja. Auf einmal ist weiter. Ich will aber... Ich will doch es doch nicht. Lass' Tankhermauer gehen. Da werden Päppiche sein. Shiami. Merlin spielt Luna Klein. Der nimmt selbst auf. Kann man... Kann ich gerade eine Herrichtung bekommen? WTF? Was... Was... Was tue ich? Ich hab... Ich hab' nichts bekommen. Du bist gelieft, Digga. Digga. Philipp, warum bist du gelieft? Philipp, warum bist du gelieft? Philipp, warum bist du gelieft? es ist so möchte ich noch ein anderes team ein es mischt sich noch ein anders team ein was ein schmutz ich hasse es jedes mal wenn sich andere team sein müssen da bekommst du von links nicht dann bist du überfordert dann achtest du auf den rechts nicht mehr und dann fällst du um aus versehen chill ich trete dir bei brauner muss mir gleich wieder gruppenführer geben das ist gar nicht meine alles gruppe ist öffentlich kann es weiter nicht meine naht alles hier egal in jahr scheiße könnte reinkommen einfach ausbezeichnen arena trio ja also ein hatten hättest du gesehen und versuchen die karte zu holen und dann abzuhauen hast du ein pad das ist alles nicht meine aber ich habe schildes pläscher ich habe spiderman nicht los hatte ich kann markieren wo du holen kannst du kannst mich hier holen also wirklich stark wie du mit spiderman umgehst ich will das nicht verschwenden einfach ausbruchzeichen epic und dann zweiter kontaktieren ich bin stark das skriptchen in der hänge der flossen so das ist und dann ja da wo du markierst soll ich dich holen ok kann er dich auch da holen dann kannst du loben ja es ist aber zu offensiv offensiv da musst du da aber auch mal mit spiderman hin sonst bekommst du das nicht mehr theoretisch ja also das ist offensiv wie sonst was vor allem weil wir hinter die gegner sind jetzt kriegt einen headshot snap let's go jetzt kriegt einen headshot snap let's go jetzt kriegt einen headshot snap let's go Du kannst auf den Kopf gehen. Ich bin ziemlich low an Mets, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Du brauchst auch nicht bauen. What the fuck? Ich habe gar keine Munition. Nee, nicht, dass die Statue wieder verpackt ist. Das letzte Mal war die verpackt und dann konnte man nicht hochfliegen. Aber mit Red war das, dass ich geschwitter habe. Vor allem, weißt du, was mir gestern Abend auch aufgefallen ist? Diese Runde, wo ich tru und das Endgame gecarried habe, wo ich weitergeworden bin. Der Red hätte halt wieder gesagt, dass es nicht besonders ist, dass er es auch geschafft hat. Direkt Light aufmachen, dann kommt die Isa auf den Kopf. Das ist das Einzige, was ich an Red hasse, dass der mal so ein Ding ist. Ich habe auch eine AR. Ich habe gar keinen. Mit der AR habe ich schon gesagt, dass ich mich verspricht. Michael Jackson. Nehmt du noch was? Ja, Dutch, kenne ich. Dutch Cookie, oder wie der heißt, ne? Jetzt mache ich auch geschlossen, ne? Ja. Jetzt kann sie wieder offen machen. Okay, jetzt mache ich sie wieder offen. Kannst du mir auch einmal Gruppenabführer geben. Ähm, die hören uns nicht. Wir sind im Sprachkanal, ne? Ich weiß, wir gehen nach der Runde dann wieder. By the way, da ist Fight. Kannst du den irgendwie snipen da unten, wenn es geht? Ich habe keinen Sniper. Achso, du hast sie weggelegt, oder was? Hä, ich hatte eine Pumpkan und eine AR. Die ganze Zeit schon. Und einen Gegner. Komm, zu mir, ich habe drei Biggies, hä. Wurde nicht unnötig. Einer, so eine Frechheit, ne? Ich sehe den Typen. Alter, nach oben, Bund. Einmal nach oben. Alter, was dein Typ. Es geht nicht, es bricht ab, für ein bisschen verpackt bei mir. Ich komme nicht nach oben. Bund. Wie aggressiv die spielen. Warum werde ich nicht angesaugt? Bitte ansaugen. Einmal ansaugen, danke. Ich habe ein Biggies für dich, ne? Das war es dann auch mal wieder mit meinen 400 Eisen. Das ist weg hier alles. Nein, einmal noch. Nein, ich habe es zu glücklich. Pass auf. Wenn die Gegner hier hochkommen, lasern, okay? Lasern? Lesen? Hilfe! Was ist jetzt denn hier? Helft mir, wir sollten auf den Cock. Nee. Nee. Pass auf. Wir müssen irgendwie auf die Insel hier. Ich glaube, da sind wir am safe. She crack, she crack, she crack. Und das bringt uns nicht. Doch, damage. Komm, nochmal nach unten und dann Schub und dann auf die Insel da hinten. Okay. Vor allem, da ist eine Rakete, ne? Ist mir nicht aufgefallen. Einmal, einfach Rakete aus diesen vier. Äh, hä, da waren schon drei Raketen. Achso. Hä, du kennst doch die Aufgaben, geh auf den Berg und so'n Scheiß. Das müssen wir doch damals machen, für die Raketen. Weil die gescheitert waren. Das hat 10 auf Agent K immer. Ich habe eigentlich gute Waffen. Hm? Hätte ich auch gern. Sag mich mal ne MP. Gib mir Muni. Äh, MP kann ich hier geben. AR hab ich selber nix. Und Pam kann ich... Nein, nein, nein. Das war, das war, ähm, grad an die Insel gerichtet. Das war nicht an dich gerichtet, by the way. Er ist ne Heavy, weil du gespieltst. Äh, ein MP ist hier nicht, oder? Er ist nicht, Digga. Digga, ich bin ein Controller-Spieler. Ich brauche ein MP. Das ist ja unfair, sonst. Wo ist der? Hä? Hier auf dem Baum. Hat das Geräusch? Hat das Geräusch doch gehört. MP. Oh. Ich hab auf einmal in der Liga von draußen noch mal was. Nee. Warum? Wenn du die besser spielen kannst, dann kannst du die auch haben, ne? Ist was egal, ich spiel gerne schwere. Okay. Das ist halt mein Lieblings-Warm-Baba. Gib mir die. Vor allem, weil ich auch mit der eigentlich relativ gut umgehen kann. Ich gebe mir mal ein paar Kokosnüsse. Hast du das gesehen? Wir müssen genau zu den Gegnern in die Zone. Hier ist noch ne Chest. Ich hole nochmal zwei Kokosnüsse eigentlich. Kannst du Minis mitnehmen? Ich hab sechs. Ähm, willst du den Gegnern in den Big Nissen, dann nehme ich die Minis mit. Warte, 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 ich nehm. Kokosnüsse, ja. Ja, was nehm ich mit ein Mini, äh, drei Minis? Ich hab sechs Minis. Dann nehm ich den Big Nissen mit. Komm, wir müssen hier Zeit auf Live zu diesem komischen Ding. Dann land ich immer in der Arena Solo. Affe, was geht? Affe, zeig mal deine harte Wache, bitte, bitte, einmal. Geh du nach oben. Ey, die hören uns immer noch nicht. Ich weiß. Wir gehen gleich zum Kanal. Ja, die redet aber sowieso nicht. Das ist ne Aura, die wir safe sex mit uns. Softpack? Nein. Ne, ich mit. Anfrage von... Ne, das lese ich nicht vor, sag Trimax, tut mir leid, lese das nie vor. Stark, Philipp. Schnell konnte ich nicht mehr bauen, what the hell. Komm hier runter, komm hier runter. Komm hier runter. Ja, ich komm nicht hier runter, what the hell, was erwartest du? GG. Ja, einer hat gute Hits drin, ne? Das ist gut, oder? Bleib einfach drin. Ich hab einen Hits gegeben, ne? Die wissen, dass ich hier bin. Kann man nicht ertrinken in Fortnite? Ertrink ich so? Ne, ne? Eigentlich nicht. Beweg dich, Herrmann, nicht. Du musst irgendwie hoffen, dass sie dich nicht umbringen. Sie hören mich umbringen. Ja, ich weiß. Ich hatte Schlimmgeräusche. Die wissen, glaube ich, nicht, wo ich bin. Die muss ganz spät steppen. Ganz, ganz spät. Ich bin immer noch vor. Die werden auf dich warten. Die wissen nicht, wo ich bin, glaube ich. Du musst am besten dann steppen, wenn die Sohn dich schon hat. Du musst aus der Sohn dann raus. Oh, oh. Bauen, bauen, bauen. Das ist nicht gut. Oh, oh, das ist gar nicht gut. Ja, du, halte einfach, halte einfach. Du kannst halten. Ich kann mich outieren. Ich kann mich outieren. Hast du eine Wand? Nein. Ah, na gut, dann hätte ich nämlich gesagt, platzieren. Pass auf, dass die nicht irgendwo... Nein, nicht, nicht. Viel zu früh. Du kannst noch so lange abwarten. Wir sind weg, ne? Theoretisch kannst du sogar noch ein bisschen in der Sohn bleiben. Okay. Ich bin weg. Digga, was zur Hölle? Muss ich fragen? Ja, es war klar, dass die da sind. Ja, hier ist nichts zum Graben. Deswegen habe ich gesagt, noch ein bisschen abwarten. Und dann wäre ich nicht auf die Insel gegangen. Dann wäre ich irgendwie außen geblieben. Ich glaube, das wäre das Glück, so. Hallo? Hallo? Was geht? Nicht viel mehr bei dir. Alles. Ey, was geht? Was geht? Und gib meinen Romanführer bitte. Ja, nein. Soll ich kicken aus der Runde? Ich bin der Streamer. Ich heiße Zuschauer offen. Ey, Punkt. Ich stream mit Screenshots. Safe. Welche, wie viele Arena-Dinge hast du? 3795. Oh. Ja, aber ich bin auf PC. Ja, wir sind, ja, wir machen so schnell wie möglich auf Champion kommen und wer so gegnerweise ist, ne? Ach, das passt schon. Katze, was geht. Katze, oh mein Gott. Auf PC bin ich eh scheiße, von daher. Ja, hörte ich auf. Katze mit deiner Glast. Was? Und ich sag's gleich, wenn ihr irgendwas klappern hört, zum Beispiel sowas. Das ist meine Tastatur. Wenn ihr sowas hier hört, das ist mein Controller. Das ist ein Switch-Controller. Klar, aber mit einem, nicht mit dem Pro-Controller, sondern mit so einem anderen Pro-Controller. Hm. Mit Kabel. Für den Input-Delay. Gegen den Input-Delay. Krass. Philipp spielt tatsächlich auf, ähm, Xbox 360. Safe. Digga, guck mal meine Eltern an, wie scheiße die sind. Ja, kenn ich. Hä, warum leckt das so? Äh, ja. Ich bin doch runtergeschossen. Ihr pickt mich ab, woher sind alle, ja. Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage, Katze. Spielt ihr auch auf Europasserver? Nein, ich bin doch auf Chinesischem. Ah, okay. Dann wird's jetzt ne Lid-Runde. Ja, muss ich ja wohl schon weg. Ja, ich auch. Nee, lass da dann. Nee, lass da dann, da laden Philipp. Ja. Da? Okay. Philipp. Ja, Bund. Warum? Aber da kommen echt viele mit, ne? Ja, passt. Wrecken wir alle. Bunds-Entscheidung. Ähm. Und ich will ja nur mal anmerken, Bunds-Entscheidungen sind meistens falsch. Lass doch mal Mute aus dem Club kicken. Also ich geh da hin. Alter, lass da mal Mute aus dem Club. Damit das klar ist, ich geh zur Lid-Laden-Markierung, ne? Schade Katze. Ah, ich werd' gepick-exelt. Alter, Philipp, warum hast du gesagt, wir sollen hier landen? Das ist so schlecht hier. Wer hat gesagt, wir sollen hier landen, Bund? Digga, ich bin voll gepick-exelt. Ja, deswegen will ich hier eigentlich fast nie landen, weil ich das Gegner bekomme. Nein. Hab einen Tod, Philipp? Linear, das Beste, was man machen kann. Hab einen Tod. Pick-ex, den Tod. Das sind meine Calls, meine Lieben. Digga, Philipp, pick-ex. Also wirklich. Meine Calls. Linear. Geil, ich spiel mit deinen settings komplett, ne? Ich hab die gestern, heute, ich hab die heute früh noch eingestellt. Die sind halt einfach geil. Ihr rasiert gerade. Noch ein Gegner bei mir. Wir machen rasieren und kassieren. Nee, ihr seid mal bitte nicht kassieren. Bei mir sind drei Gegner, hab einen straight. Was ist grad mit Schraub? Ich bin tot, leider. Aber es sind hier auch drei Gegner und ich werd... Hallo, zwei Gegner auf mich, was soll ich denn machen? Ich komme. Und die haben auch Sternenstoff-Spritzhack gefüllt, du weißt, was das bedeutet. Und, guck mir bitte zu. Was tut er hier? Wer ist er? Wornpump ihn. Danke. Hä? Hotel, wer ist er? Ja, Streamsniper, Philipp war das. Hä? Was war das? Ne, wie ist denn der? Anonym. Ähm. Das sind zwei Leute, weil mir geht da nicht hin. Philipp geht an 10 Euro. Wenn wir die Hunde gewinnen, dann... Ich krieg jetzt 10 Euro. Really? Ja. Dann sollte ich mich doch mal überlegen, ob ich mit Controller spiel. Philipp geht auch schon 10 Euro. Philipp, warum als ob der dir Quest auch hier machen muss? Ich geh zu meiner Karte, da sind nicht zwei Gegner. Da sind Gegner. Das sind nur drei, ne? Zwei oder drei. Ich bin eins gegen zwei gestorben, da kann ich auch nichts machen, Dinger. Mein Bein ist sprained. Ich hab nicht weit im Kampfgang gehabt. Ich hab einen, äh, one-inch gemacht. Da kam der andere und hat, ähm... Das ist nicht gut, ne? Hier ist ein Gegner. Das ist nicht klein. Philipp, sweating. Cracked einer. Das liegt an der Linie, ja, Philipp. Philipp, hinter der Linie. Alter, what the hell von der anderen Seite noch? Philipp, linear, Philipp. Linear. Ohne linear wären wir da gestorben. Richtig viele Gegner. Ja, das sind zwei Teams. Willst du gut, Philipp? Ja, alles super. Wir sind in der Ukraine. Also, die zwei Teams sind weggelaufen. Wir können theoretisch uns Karte holen und weg. Ich hol' uns Karte. Ja, ich hab markiert, wo die sind. Die sind auf Osten. Da. Ja, ich hol' uns Karte und dann jetzt weg. Im Osten, ja, auf Reine sind die? Ja, lass zu dem, Boss. Gibt's mir näher. Junge, meine Autofahrer können sie sich nicht gerade die besten auswählen. Aber lass dich dahinter. Lass dich dahinter. Philipp, 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 guck bei Anfragen an. Guck bitte bei Anfragen. Ich kann, ich kann, oh, jetzt kann ich. Schön. Nimm Katze zu Anfragen an. Ich will mit Katze spielen. Wenn die nur halbwegs so gut ist wie in FN, wie in BS, dann haben wir schon gewonnen. Vor allem die. Der. Ist auch nicht so nice. Aber Katze sind ein Mind-Wave. Danke, dass du die MP-Filip genommen hast. Nee, ich hab keine Anfrage. Danke, dass du die MP auf jeden Fall genommen hast. Affe, du musst das 2 dahinter machen, ne? Ist gleich, dass Katze sich auf den Hauptbekommen geändert. Das wäre nicht gut. Krieg ich wenigstens die MP, Philipp, das ist auch ein Heavy. Hab dir die Lila eine Heavy gegeben. Eherenlos. Das ist sogar Sonne, Alter. Hä? Von der unten. Hinter uns hinter uns. Ein 80er Sniper. Ein 30er. Ich wurde geconed. Ich bin fully pleased, fully cheese, fully mies. Wie sehen wir ihn noch, Philipp? Statement? Digga, irgendjemand steht in mir. Die ganze Zeit random Teams. Das ist unnormal. Ah, der wird mich finden. Er kann einfach nicht treffen, war sein Ehre, Mann. Die ist so schlecht, ich brauch die MP, Philipp. Ich bin tot, weil ich die MP nicht hatte. Der Spider-Man Team war so lost, oder was das war für ein schwarzes Scheißding. Und ich bin tot nicht alt. Mann, das war Travis. Das hätten wir nicht gewinnen können. Das war unmöglich zu gewinnen. Das war Travis, Leute. Liege als Trotz im Plus. Katze im Klo Das ist ein Freund, eine Katze Scheiße, hat eine Katze die Arme Hat Katze mich angefragt? Wie heißt Katze? Katze heißt nicht gefällig Horst Jochen What the fuck Horst Jochen Keine Ahnung Fuck ihn Da noch Ara, Ara, Benny Okay Hallo Bund Hallo Hallo Hi Can you hear me now? Nein Oh, jetzt höre ich den Stream im Hintergrund Scheiß Trümer Hohohoho Hohoho Wollen wir drüber reden? Nein, ich bin in der Großesrunde Nein Jetzt kurz ein bisschen mit Edits flexen Uhuuuuh Offenlich ich editen kann Flags flex Hey Philipp Was? Machst mal was? Ich dachte gerade mit nicht edit flexen an dich Was? Ey was? Was? Lass mal bei Koki Kehlflatten. Was? Nein, was für Rocky. Da kommen ja noch mehr Gegner mit. Gar nicht wahr. Ja, jetzt überall Koki. Ich bin Liebe dran, dass da keine Gegner mitkommen. Was? Ein weiser Mann sagte... Ein weiser Mann sagte immer Willenskraft. Ich erinnere mich daran, aber hab vergessen... Äh, nee, kommen gar keine mit. Guck mal nach hinten. Ja, die landen an der Stilte, da ist gut. Willenskraft, Philipp. Die sind nicht da. Ja, Willenskraft, meine Lieben. Die sind gar nicht da. Die sind gar nicht da. Das besiegt ihr euch nur ein. Das ist nicht die halbe Lobby. Nee, nee, das ist nur die Terralvilligste Lobby. Habt ne Schnapper bekommen aus der ersten Chest, das ist ein gutes OM. Oh ja. Digga, ich der jetzt einfach was für den besten Loot hat. Blaue Pam. Einer noch. Grüne AR. Grüne MP. Gegner. Bunt muss pushen. Hab einen. Und ist das. Nein, ich hab einen. Habe? Hab mir schnell ne pump geholt, beim Automaten. Ja, hab er. Komm, komm, Bundi. Einer hat mega gesprayt, hab ihn aber. Ja, meiner hat auch ultra gesprayt. Äh, mein Game ist kurz gecrasht, Diggi. Ja, ich bin im Brawl, das ist schon mal mit Ritter geworden. Hä, ich editier auf A, was ist denn das für ein Scheiß? Ich muss das hier noch umstellen. Ich wundere mich, warum ich die ganze Zeit die Tast drücke und es editiert nicht. Gegner. Gegner, ja, eindeutig. Gegner. Vor allem Gegner, geiler Call. Als wenn ihr nicht überall Gegner wären. Nein, ich bin ja, ich bin ja bei dir. Junge, geh auf den Scheiß Tab raus, danke. Ja, komm, pass. Achtung, hinter uns. Der ist doch nicht grad, wirklich, jemand. Hatten 17er nochmal, der ist so tot. Zero ping. Diggi, wie hält der das denn? Der Arme. Wie, wie hat der das denn gegend gehalten? Der Arme, what the hell? Neues Team, Sweater. Ich muss kurz ne anderen. Stream Sniper, safe. Ja, man safe. Oh, Bunn. Ich hab den auch einfach gesetzt und halt das Maul. Bunn, das war so geil. Achso, das sind auch noch welche. Du machst die Scheibe kaputt, ich Headshot snipe ihn. Geil gespielt. Ich hab den einen 30er-Game-Statman. Bunn, dafür liebe ich dich. Geiles Gameplay von uns Bunn. Brods, hast du was? Ich hab keinen Bock auf Brods. Achso, das sind auch noch welche. Ja, bei mir. Komm, Bunn. Das bildet Philipp sich ein. Das sind gar keine. Guck, da wird nur gebaut einfach, random. Ich freu mich, wenn ich den Geist fand, sagst du? Hab ihn. Unter uns! Oh mein Gott! Ich geh von der anderen Seite. Achtung, Wund. Hat Wipe. Ich war auf Splash. Ich hatte den Typ fast gesplash'd. Okay, wir haben hier, ich würd sagen, ein bisschen aufgeräumt. Aber auch nur ein bisschen. Also ich hab meinen zweiten Account, weil da ist alles nicht richtig eingestellt. Da editiere ich auf A. Mein zweite Account editiere ich auf A. Auf A, hä? Warum denn auf A? Ist das standardmäßig so, ja, ne? Hä, ja, ich editiere auch auf A. Quatsch. Ich editiere jetzt L2, wie viel das eigentlich auf ein Auto kommt? Nee, ich kann damit, ich führe auch nicht mit Kreis. Ich kann auf L2 nicht editieren, geht nicht. Hä, du editierst auch auf L2, oder? Keine Ahnung. Ja. Nein, ihr editiert auf L3. Weil wenn ihr auf L2, dann würdet ihr dort, wo ihr euch dreht, editieren. Mach ich auch eigentlich. Vor allem, ich spiele auf Controller. Ja, hä? Ja, hä? Ja. Über was gehen wir denn die ganze Zeit, bis du losst? Hä? Wie überleben die ganze Zeit über Controller? Wie überleben die ganze Zeit über Controller? Auf der Tastatur L2, alles Lafelle. Wie genau auf der Tastatur. Hm. Achso, ja, man kann damit, ah, nee, nee. Ich hab gedacht, F2. Ich dreh mich mit R3. Warte mal, ich schau jetzt mal nach, was da steht. Mit was ich editiere. Das steht mit L2. Ja, das ist deine... Ähm, deine... Und du tue ich mich mit L3. Ja, äh, L3 ist die Taste fürs Laufen. Hä? Und... Meine... Ich laufe nach vorne mit L2. Ach, keine Ahnung. Ich mit L3. Und ist aber auch Controller-Spieler, also da ist das was anderes. Was hat der mir für einen Hint gegeben, Dicker? Der hat mir echt ein Wettchen gesehen. Was bist du denn? Du bist doch auch Controller-Spieler, ey. Aber... Switch-Controller ist anders, nochmal. Ander. Ah, durft. Gegner nochmal hinten, also das Team rückt nochmal näher. Keine Harmonie mehr, Statement. Ich bin dreckig, Alter. Der hat sich genau in dem Moment geduckt, Alter. Die laufen mitten raus. Mir ist es zu 20. Headshot-Snipe. Wichtig, Push. Pushen. Bunt, mach du Druck. Bunt, Druck. Wir beide pushen. Geiler Druck, Bunt. Respekt. Kein einziger Schuss bis jetzt. Ja, ja. Crack. Fußball-Skill-Crack. Fußball-Skill-Crack. Bunt, wirklich geile Unterstützung. Einer minus 50. Hab einen. Hab einen. Hab einen verbrannt. Gut. Spray das Auto. Nicht vor mich bauen, what the fuck. Hä? Ja, ich wollte nicht sprayen, weil jemand vor mich gebaut hat. Find ich den. Äh, lass ihn da austanzen. Achtung, die Gegner sind da in dem Haus, in dem Haus. Ich brauche ein bisschen Money. Für Druck. Ich habe es selbst kaum. Komm hier ins Auto und dann putzen. Was hast du denn? Ich bin ein PC-Spieler. Ich bin ein PC-Spieler. Was hast du denn? Ich bin ein PC-Spieler. Ich bin ein PC-Spieler. Ich bin ein PC-Spieler. Gib mir mal ein PC für einen. Gib mir mal ein PC-Spieler. Boom, weggerollt. Hab ihn. Hab den anderen. Gib mir mal ein P-Money für den Druck. Ich habe gesehen, dass du gerade ein P-Money aufgesammelt hast. Philipp. Bunt. unser team hat das connect doch doch die bis konnetz ist konnektes konnektiert weil ihr deutsch der auch durch die luft fliegt der weil ich auch komplett durch die luft gefällt mir meiner herr meine herr meiner herr können wir irgendwas mit ihm anstellen mama ich hab wohl keine geltenden bursch hallo und wir gehen saunenbund konzentration und das schiff den damit ja er wurde rausgeschmissen was ist bunt Lieblingsessen er wurde er auch bekannte man einmal reinkommen ausgeschmissen kreakt ich hab euch nur noch im auto gesehen ich war standpätschern ja kenne ich es ist mir eigentlich immer so ganz ehrlich ich konnte nichts mehr machen das ding ist meine mutterkompi da ist das problem was ich ja vorhin schon angesprungen hatte und dadurch wird mein internet wieder disconnecten und wenn es im halben kapp diskonnect dann töd ich ja meine mutter ja kann man ja mal machen mongral jetzt wieder auf geschlossen ja scheiß auf den typen den ich gekickt hab du bist gejagt mongral das echte wirklich schwöre das achte auf xbox fallen ja ja klar aber man spielt doch auch auf xbox ich bin hier auf dem berg und auf einmal sind hier drei gegner ja danke für den pressure du hättest die einmal sprayen müssen mehr hättest du nicht tun müssen aber egal ich hab sogar mit drauf geschossen ja hat man gemerkt hat man gemerkt da kommen wir wegen diesen mongral hörst du mich jetzt zehnfach wirklich respekt an die gegner richtig gute leistung also entweder muss rick oder mongral aussetzen ich wäre für ja ach ich kann zwei machen schade spielen arena trio so dann da muss ich einfach fell drauf setzen save ab hat geschrieben bunt was willst du ja mein lieblingsessen ist lasagne tatsächlich wissen sehr viele nicht ist was anders box 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 wer so ein Mayo-Kind eigentlich Ne Niemals Das ist ein Mayo-Kind, Alter Ja Mayonnaise ist ein Instrument Damit spielt man nicht Philipp, guck mal bitte, wo man's WhatsApp Brumm, brumm Und nur mal ein Statement dazu, nicht vorlesen Einfach nur ein Statement dazu Hehehe Hehehe Ne Man hört einfach nur so eure Tastensache Und das ist so cringe What the hell Affe ist auch für Ketchup Ja, what the fuck, wenn Affe nicht dafür gewesen wäre, hätte ich ihn ungebracht Das heißt ja, Affe musst du mir mal deine Nummer auf Discord geben Wenn ich dich unberringen habe Wo wollen wir landen? Deutschland Wie wär's mit... Genau Genau Hey, bist du dir zuhundertprozentig sicher, Philipp? Geht ihr zwei zur Tange, ich geh hier zu diesem Haus dann, ne Philipp Die drinnen direkt Bist du dir zuhundertprozentig sicher? Ja Wirklich? Ne Ne Bist du lost, Bond? Ja, ich glaub schon Haha, Affe ist halt wirklich so der You pick me up when I'm down I need you, love Upala Hier kommen welche mit Fortnite 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 Jetzt bringt's auch nichts mehr Jetzt lernt sie fliegen Fortnite John hat das mal gemacht mit seinem Leimstift Ja, cool, er hat ne Waffe Wie halt bist du von der Skala von 1 bis 10? Ach, das reicht gar nicht Wie halt bist du von der Skala von 1 bis 11? Elf? Das reicht auch nicht Elf? Ja Lol Ich hör mich so jung an, ne? Hm 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 Schon wöflich Aber das Ding ist halt so jung wie bunt ist halt keiner, der ist halt elf, ne? Ja Ja, ne, ich bin drei Natürlich Oh, der ist elf? Ja Nein Warum soll ich elf sein? WTF Ich bin 14 Ja, elf wird krass sein Mach mal Kopf zu, Philipp Mach mal Kopf zu, Philipp Du bist elf Halt's mal Sagt der richtige Elfjährige Nein, Philipp ist nicht elf, das hört man an seiner Stimme Der elf ist auch 40 Ja, easy Was tust du? Der Bre hat schon... Du hast ne reißen, locker Hö? Ich hab ne reißen Leithin Wuhuuu Headlaser Bunt wucht Oh, Junge hast du ihm gegeben, alter Ich weiß, Philipp, du äh, rettest mich, oder? Los, 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 los Ich hab die Karte nicht bekommen, let's go Die Runde war eigentlich komplett aus Fahnen, ne? Ich kann mir gar keine Mühe gehen, ich bleibe aber nur gefahren mit dem Auto. Und die sind irgendwie in mich reingefahren. Die finden mich nicht, weil die... Oh nein! Die finden mich nicht, die kann mich nicht finischen, die sind so dumm. Schade. Affe, ich schreib jetzt... Was Affe? Affe, wie heißt denn auf Discord? Bibi. Und Tina. Wirklich? Ich helfe. Nein! Tochter? Habe ich Affe nicht schon mal angeschrieben? Ruhe, Prinzessin. Ich hab' mal einen Krall dafür spieg'n. Affe Krall. Ist Affe überhaupt im Letztclan Discord? Keine Ahnung. Ja, der Letztclan Discord ist wieder bei mir verpackt! Ich werd die ganze Zeit in so'n scheiß Call reingeschmissen. Das hab' ich ja nicht gesehen. Man könnte mal sein Handy aufladen, ne? Ja. Ja. Ne, ich bin ohne Akku. Nein! Das ist das Affe, ja. Nein! Nein! Benjamin, der echte, Brawl Stars 74, der der Auge macht, der King, der Schnitzel, der Zocker, der Kevin, Diego, Ehren Gamer, Ente, Farbex, Ehrenjäger. Ähm. Nee, so lecker. Nee. Warte, ich such' einfach nach. Add Affe. Add Affe. Genau. Add Affe. Ach, schade, gibt's nicht. Ah, gibt's A wenigstens? Arbeitsamt. Nee, A, F gibt's nicht. Hä? Woher weißt du, dass du arbeitest? Nein, er hat Arbeitsamt gesagt. Ja, Affe ist auch ein Scheißservergatter. Ich schreib deine Nummer einfach in Chat. Ich bin nett mal im Server. Affe, dann komm rein. Junge, wer will auch in so'n Scheißservergatter? Komm in die Gruppe! Ich brauch Affe seine Nummer. Ich brauch Affe seine Nummer. Ich brauch Affe seine Nummer. Wieso sie... Affe ist besser als manche 30k-Spieler aus dem Club. Ries doch mal. Ja. Aber ist Merlin auch, also... Merlin ist gut, oder was? Merlin ist schon ziemlich gut. Nee, das ist gut. Ja, also Philipp, jetzt kannst du mir das nicht mehr erzählen. Jetzt kannst du mir das nicht mehr erzählen, was du mir gerade geschrieben hast. Ganz ehrlich. Weißt du noch? Natürlich, bist du lost? Nee. What the fuck? Äh, warum darfst du eigentlich gar nicht mehr spielen? Was soll das? Ja. Ja. Komm in die Gruppe, Affe. Ausreichend Discord, ich weiß nicht, Gott. Was macht eigentlich Stream-Element-Bot? Der ist jetzt gar nicht so leise. Doch. Der hat am Anfang des Streams... Stream-Element... Stream-Element... Stream-Element for to running. Dazu hat dich OP-Feier überredet. Scheiße. OP-Feier. Oh, einer, der sich selbst ermorden lässt, weil er lust ist. Hä? Ich weiß nicht, Jocko. Ich weiß nicht, Jocko. Ich weiß nicht, Jocko. Nein. Ich kann ihn nicht umbringen, ich hab nen Sniper bekommen. Ja, what the hell? Der snipet mich direkt. Ja, ich hab dich gesnipet. Ja, ich hab dich gesnipet. Also bei mir läuft's gut. Ich hab nen Sniper und nen Mad-Cut. Hab zwei... Hab zwei Nock nochmal. Ich hab leider keine Muni mehr. Äh, das war ich verrückt. Hehe, ich hab die Tanke in den Hufbier. Ja, Philipp ist natürlich auch ein Mädchen. Das hört man aber, oder? Hey. Meine Kiste. Ich hab nicht mal nen Affe. Ich hab schon drei Kills, ne? Hm, ich hab einen Hedge-O-Snap-Statement. Statement. Statement. Das ist ja da immer der Profi. Hm, ich schwimme ab dich. Affe ist auch ein bisschen was. Spaß. Ja, ich hab hier... Ja, hä, Philipp, das kannst du mir doch nicht erzählen, ey. Natürlich, bist du lost. 100% Ja, okay, doch. Vielleicht doch. Bei mir ist ein Gegner, ne? Alter, ja, der holt random sich die Wand. Bitte helfen sie mir. Ich hab keine Waffe. Und ich brauch deine Hilfe. Ich hab keine Waffe. Ich hab' die ganze Zeit keine Waffen. Ich hab' keine Eltern, was? Alter, erst mal weg hier. Ich hab' mal gucken, ob der... Noch ein Gegner? Neues Team. Zwei Gegner. Ja, what the hell? Als wenn er mich snipet. Das kann es niemandem erzählen. Und help me. Ich werde selber angegriffen. Ja. Er macht einen Emote. Irrer Mann auf jeden Fall. Er verarscht keiner. Ey, wir sind leider voll. Alkohol. Wenn ihr Alkohol kaufen kommt, schreibt es einem in den Stream. Wir verkaufen euch Alkohol. Komm her, bunt. Ich loote gerade. Sehr nett. Hm, schön, was dich. Ah! Stark, Philipp. Das war ich, aber okay. Mann, Affen darf gar nicht mehr mit spielen. Das ist unfair. Der Arme. Und wo bist du? Ich bin weggefahren, weil ich eingeschossen wurde. Und halb tot war. Junge, hör auf zu tanzen, du Knecht. Na, schlimm, ne? Ich bin weggefahren, ich bin weggefahren. Ach so. Man sieht deine Sticker nicht mal. Ja. Siegt da einen Skill. Den sieht man auch nicht. Gegner. wenn du jetzt einen win holst gibt es ja auch pro nase ok nein da gibt es ein skin auf meinen nacken schießt die an glaubt mir genau schießt die an gar keine falsche Niemals. Ja. Ich bin mittlerweile wirklich verwirrt. Ich bin mittlerweile wirklich verwirrt. Nein, what the hell? Ich bin ja nicht. Also ich... Also die Abwacht war es verarscht, aber mittlerweile. So, Philips, da hab ich. Jetzt kann ich rauslaufen, oder? Von was fühlst du dich denn verarscht? Nichts, alles gut. Ich weiß, dass ihr bei mir schreibt. Nee. Nee, gar nicht. Ah, ja. Stark. Ein Hit von zwei. Ich bin wirklich stolz auf dich. Ich hab ein Hit getroffen. Das ist so correct. Ja, genau. Nimm den Wagen. Ja, Bun. Geiler Typ, also wirklich. Ich liebe ihn. Ich liebe Bun. Wirklich, der ist wirklich intelligent im Kopf. Entfordert ja. Ja, genau. Lauf jetzt einfach weiter. Die werde ich bestimmt nicht attacken. Nee, nee. Vor allem ist er solo. Und die Trio. Die greifen ihn wirklich nicht an. Weil die losste. Weil die losste. Wie spät. Schieß ab und dann musst du direkt weg, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, stark von. Das hat dir jetzt dein Leben gerettet. Du kannst mich die hinzonen, by the way. Nein. Nein, nein, nein. Du gehst jetzt nicht hin. Nein, 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 nein. Du musst belieben. Willenskraft, meine Freunde. Willenskraft. Ja, genau. Das ist schlecht. Nein, das ist gut. Und jetzt ist es weg. Wir haben eine Sniper, ne? Was? Wo bin ich denn? Ganziger Gangster. Ganziger Gangster. Wie kann er das durchziehen? Affe hat mich angeschrieben, Leute. Ah, so heißt Affe in real life, Leute. Nein, der heißt real in real life. Er hat es gesagt, das ist von seinem Freund. Mord durchfällt. Let's go. Gegner? Ja, Philipp. Okay, also. Scheiß Gegner. Guck mal bei Bund vorbei. Ja, dann wir sind Gegner, ne? Geht doch nicht und du hast keine Grubberdings dann mehr, ja? Aber... Ja, ja. Perfekt. Geh mit Sibi. Also Sib-Line. Und Dead Archer. Da braucht jemand ne Skybase. Echt? Da braucht jemand ne Skybase. Da braucht jemand ne Skybase. Wurde? Nicht runterschießen, nicht runterschießen. Wurde runtergeschossen. Wurde runtergeschossen. Zeig mich. Krass. Hier. Da. Warum schießt du die runter? Halt nicht. Hat er wirklich nicht. Wir bauen die Skybase. Jetzt bis über die Wolken. Eyo. 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 so einen hochrangigen. Äh... hochrangiger Narzisse. Die sie gesucht haben. Ey, bei mir Gegner. Philipp, bei dir sind ein paar Gegner. Ein paar. In 60er Jahren? Und von... Und bei mir sind Gegner. Scheiß auf diese dummen... Sie wollen einfach aus Juden Seife herstellen. Riech, Maul, mich juckt das nicht. Sie sollen aus mir Seife herstellen. Gefällig. achtung in den mülleimer sind die reingegangen einfach ihr lebenslos baller drauf die scheiße klinos zwei ihres war der bums kann hier ganzes trio alter ich gebe dem gewissen plächer philipp nimmt kaviare hops und das nimmt im mary das heißt keine harmonie mehr ja ich hab ein problem hat noch 20 spielst du hast nur noch 20 märz der boom ist gerade alle ich schwöre der bums alle der bums alle aller der bums aller jaja alle hier durch unter der pyramide ganzes trio gefickt ich war auch hier danke wirklich bunt hier dass du auch dabei warst ja falls du willst die waren aber auch kacke ich hab so viel eigentlich nicht getroffen wenn man so will du bist so scheiße eigentlich aber den einen Pistelfill den einen Pistelkill fand ich sehr angenehm ja der war der ist einfach Pistelfill Penisfill ey was was auf jeden Fall ging es seinen 60ern ähm um hochrangige Narzissen die nach äh ich hab nicht gefragt bunt ich will auch nicht doch ich muss der Satz hin äh die hochrangige Narzissen die ähm nach Argentina nachbauen sind ich weiß Gegner vor mir bunt komm her oh Junge Bruno Mars Bruno Mars ich hab verloren ich bin tot es ist Bruno Mars bunt komm her mach mal Handy weg also Handy stumm Hände was für Hände Handy ja bin hier Philipp da ist Bruno Mars nein das Pet wird abgebaut ich bin tot Dings ist dead und switch krass den Berg runter ja Philipp Bruno Mars chillt in der Zone und mich töten ja das sind die ganzen Tryhards Bruno Mars Bruno wer weiß ob hier und wo hier ist ähm damit ihr wisst wo Zone ist da danke da überlebe ich das ja da ja genau perfekt dann sprüh dich mal ein ja das ist Bruno Mars der Wichser Hände umlegen sollen den Wichser Hände Tschüss Philipp rennt einfach mit Zone haha oh ist das was ist das was der rennt hinter der Zone her und stopp bei zwei Ticks gut bin ich tot bin ich tot wo ist denn der gute Dings Dings ist gerade ja komm schwimmen du könntest dahin schwimmen halt es ist bei der man auch hier oder ja ne oder oder geh mit diesem Ding geh mit diesem Bounce Pad da wäre noch mit da ist noch mit Spray in der Hütte ich überleb das wenn ich hoch schüttet mich auf der Zone ich sag gleich so die nächste Zone ist da ja ok jetzt mach hier äh äh Sliden Sliden dann passt du Green oder Blue warte warte ich hab die Zone ganz genau ich hab ein bisschen Green für mich gefunden was denn bisschen Kohl und so Apfel die Zone ist ganz genau da ganz genau gönnt ihr die Bandagen ja gönnt ihr nur zwei gönnt ihr nur jetzt gönnt ihr jetzt zwei ja dann hast du Green äh also Blue wenigstens bunt könnte dann noch eine Bandage ja und dann läuft sofort da ist noch ein Auto nein das ist vorfisch warte die Automat können wir noch abchecken das ist ein Meth geht nicht mit Digga gibt's da was kannst du mitnehmen nein du die Bände ist weg ja das habe ich drei Metz jetzt ist Tupendo zeigt die ganze ich Philipp lauf ich hab gar keine Metz lol ähm kannst du ich kann einfach mal 300 Metz 400 300 das sind nur 25 Perfekt Rino was geht scheiß Nasehorn Pferde wie viele Punkte hast du eigentlich 1,95 ne werdet besser ne ist so unwissicher wir können hier in der Hütte brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr nimm das gönn das da sind Metz und da sind Metz oh was war das da sind Gegner starker der Mini-Sport einfach markiert bleib einfach hier drin wir sind hier safe im normalen Fall auch in der Pose wo du eigentlich nicht gesniped werden kannst ich kann nicht gesniped werden nein nein gar nicht nur durchs Fenster vor allem durch beide ja war wirklich bunt hör mal auf bunt und ihr könntet ne Taktik machen und hör jetzt auf oben das abbauen dann ne Pyramide rein placen und dann oben das aufiditieren und dann halt ja könnt ihr euch oben vercampen welche reinlaufen könnt ihr halt warte ich markiere euch nächste genau genau die nächste zone ist wird da sein was hast du dir ausgedacht da ist unser Kopfgeld das heißt ich denke mal da ist ein Team wir leben noch 12 Gegner und 5 Teams also ich denke mal da wird definitiv das ein Team sein weil da ist unser Kopfgeld hier wird definitiv was sein da und hoffentlich können wir hier die Pose einnehmen äh Peek ich bin in der Zone ihr müsst komm mit rotatet mit der Zone die ist langsam hast du noch ein Pad ne links links sind Gegner hast du noch ein Pad komm mit nein hast du noch ein Pad tschüss Philipp hat alles voll Sex Nutten ey danke für die Calls dass du auch Moves auf jeden Fall guck mal jemand mit mir melden würde Callen ich move move lass move run 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 komm komm Metz für dich brrrr brrrr ich brauche keine Metz ab ich brauche ich spiele ohne Metz ich spiele ohne Blue im Blue Life du spielst nur mit Pistol einem HP und ohne Metz ja du wirst 1000% gewinnen ist ja keine große Kunst mehr dann endlich was du musst noch ein bisschen nach vorne machen nein ich hab 3,99 K ich guck mal sie sind noch nicht in der Zone bleib 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 ähm vier Scorps noch ich markiere euch die nächste Zone ja wir haben so einen Anlag jetzt fuck da der ist ein Pettner laser den laser den ok nein doch nicht doch nicht doch nicht doch nicht ist einer drin? ich verstehe aber nicht warum du direkt losläufst geh links rum Philipp geh links ja er ist Pettet alles gut ich habe überlebt er ist Pettet der Gegner Philipp Perfekt du gehst links rum Headshot snipe den Headshot snipe den unter mir unter mir ich bin tot ja geiler Gegner wirklich geiler Gegner jetzt sie jetzt sie jetzt sie oh zwei oh geil alter sie haben Orgasmus lol sie haben Orgasmus einer hat so den 180er gefühlt ne so in die Fresse alter ich muss was probieren geh mit dem Kurt geh mit dem Kurt ja das hatte ich auch vor kannst du meine Karte holen? kannst du meine Karte holen? kannst du meine Karte holen? für was ist unnützlich ich bin besser als Philipp ich habe ein Boot wenig Treifstoff baue ne Quark einig dass sie ihn abschießen und dann äh explodiert wo auch Philipp bau die Treppe ab noch jetzt die Pusten krass krass oh ne jetzt bist du mitten in der Mitte drinnen ne das ist Travis der dich ans Raid wo hat die denn? das ist linear bleib bleib da drinnen bleib da drinnen ich weiß nicht ich spiel die selbe Settelix gut Philipp ich call dir immer die Zone ja? ja ich war fast überall noch früh außer Holz nächste Zone wird warte da lila die Markierung früher als man noch äh die Zone immer bestimmen könnte Digga das war geil guck Philipp ey tu die Korte zurückkreditieren guck dann immer da raus so ne die Post immer ja genau die wissen halt aber so für das ihr da drinnen kämpft ne naja ist ja logisch geh hinten aus der Korn raus ja da und jetzt geh jetzt du kannst ja ummoven geh einfach die Fighten dann move lieber geh da du kannst dich verbinden mit der Box dann siehst du auch nicht und da hinten zu den Boxen gehst du warte lass ihn machen zu der Stein zu der Stein geh auf die Pyramide drauf ja so ist du da das ist nicht auffällig also wie top jetzt und jetzt connecte da links ein Gegner eins gegen eins das ist eins gegen zwei nein eins gegen eins er hat's hä warum war der letzte so los krass jetzt darf man drei mal mitspielen richtig sieben Kills krass wow ganz ganz wichtige Runde ja war ganz ok kann besser kann man eigentlich immer besser so jetzt muss ich fragen wie sitzt man aus haha ja ah so ich hab das war eigentlich relativ wichtig naja Division 5 Armwärter Liga ja geht nur ok wieviel Punkte hast du Bund auch also season 5 alles klar ich hab season 5 2010 und wieviel Punkte habt in Mongrel unendlich irgendwie soviel wie wir ähm aktuell sind wir leider voll Fledermaus hd wir sind voller Alkohol jetzt was kaufen ey wund man kann doch mal minderjährigen Alkohol verkaufen einfach dass er jetzt so schlimm wäre ich würde behaupten ja hä mach ich auch mit Affe hat Affe mir jetzt seine Nummer geschrieben warte ich setz mich zu Dings ich setz mich zu Mongral äh äh viel Spaß Bund muss nur noch bereit machen äh ich bin jetzt nur ich bin schon in der Runde eigentlich aber ja ok bei mir seid ihr noch gar nicht in der Runde Bund ist euch letztes bei mir in der Runde ah ja jetzt schon Life for great oh my 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 look around stay now listen around see come attend for me oh oh anyways Philipp wir können eigentlich doch nicht rausliehen oder? Philipp wir haben Kronen ne? wir werden geschlachtet wie Tiere nein ihr werdet nicht geschlachtet doch ist immer so wenn man eine Kronen hat ich weiß naja deswegen ja wir werden zu Seifen verarbeitet könnte passieren ich guck mal was bei euch in der Runde abgeht Mongral der hat noch keine Kronen dafür bekommt man noch Ukraine wurde angegriffen vielleicht ja auch scheiß ukraine what fuck als habe ich wohl einfach Karte von dem Gucken wie man dort man gerade gut ist Hämi kannst du überhaupt zu gucken in der Arena äh das ist jetzt die Frage ne Alter Agent K will schon wieder seinen Schwanz reingesteckt haben Junge oh fuck jeesh guck der hat gleich zwei Pistolen Philipp nicht Philipp ich glaub du bist gestimmt ja bin ich Agent K will schon wieder ich auf seinen scheiß Berg steige Bitteschön Philipp Danke Safe hat er die ganze Zeit gecallt ja komm schon wir waffen Gegner überall überall ja ja ach was hier Bei mir sind zwei Einer habe ich schon geholt nur so Mongral Carry Danke Ich liebe Pistole ich liebe Pistole die Beste Waffe Wer hat denn Er hat ganzes Trilobst genommen Pistole 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 ist ok Scheiß drauf Pistole leider muss muss ich jetzt gehen Wenn man die Eismenschen schlägt, bekommt man Füße. Philipp, wo tut du das? Sind da mehr Gegner? Ich check's, man. Wir wollen mehr Gegner. Wenn man die Eismenschen schlägt, bekommt man Füße. Auf meinem Dach sind Gegner. Mangral hat ihn. Ich hätte einfach der Allerhälfte, ne? Hm, ist wirklich. Ja, willst du auf Kontrollerspielen, ne? Ich weiß gar nicht, auf welchem Device er gespielt hat. Ich glaube, er war auf Philipps Mann. Was, 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 was? Alter. Hier ist noch einer. Hä, was, wer war er denn? Keine Ahnung. Er hatte 650 AP. Er stand einfach vor einem da. Ja, moin. Ich bin einfach so durch den Deutsch gelaufen und habe mich gebammt. Lass mal schauen. Schöne Runde. Und warum sitzt du eigentlich in deinem Headset? Was? Was? Was ist das nicht? Du sagst in deinem Headset. Was war ich denn? Hä? 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 Und geh aus deinem Headset raus. Das ist pedophil. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Geh vor allem, geh aus deinem Headset raus. Hä? Hä? Ich wohne da drin. Nee. Ich kann dir gleich mal zeigen, wo drin ich wohne. Mann, ich kann nicht springen. Du kannst nicht schlafen, wir sind Monster, ne, ne, danke Minecraft. Was? Warum? Ich kann mein Mikrofon zu Hause gehen. Ich hab gar kein Mikrofon. Dann halt Headset. Hab ich auch nicht. Was ist das denn dann? Mischputt oder? Telefoniere. Hä? Ich bin bei Philipp. In Philipp. Was? Äh. Oh, oh, gar nicht gut. Ich werde angerufen. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Hab man das gehört? Ja. Das war ultra Copyright. Das war mega Copyright. Ich hab nur ein Mies gehört. Bund kommst du zusammen. Wir gehen Shifty. Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Und wir brauchen deine Hilfe. Jetzt verdammt Kacke. Sieht so aus. Keine Ahnung. Kann ich urteilen? Schöne Scheiße. Los! Nehmt ihn, Mary. Schöne Scheiße. Schön. Mongral. Deswegen liebe ich den Typen. Er ist ja auch wirklich Mongral. Tja. Wirds du auch Controller spielen? wäre ich genauso gut wie Mongral. Okay, dann. Das hat ja alle echt immer. Philipp, du verroste Scheiße. ich war gemutet. Ich habe die ganze Zeit mit dir geredet. Äh... was du sagen wolltest? Hast du mal Hawaii Toast gegessen? Nee. Ja. Ja, ich würde mir das empfehlen. Meine Schwester gefragt, ob ich das mitessen würde. Ich würde es dir lieber mit 40 empfehlen. Mongral, Mongral, komm mal her. Mongral, komm mal her, Mongral. Ich habe ein Geschenk für dich. Bunt? Ja. Nimm das. Bunt. Ich bin zu nett. Ja? Ich würde dir Hawaii lieber mit 40 empfehlen. Nein, das ist ohne Ananas. Was ist das? Hawaii ohne Ananas? Was ergibt das für einen Sinn? Na, keine Ahnung. Ich esse das. Ich esse das. Keine Ahnung. Ich esse keine Ananas. Ich esse keine Menschen. Anna ist nass. Anna ist nass. Der hinten ist Dora. Super Gegner. 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 Super. Gleiter Gegner. Bunt komm auf den Berg. Bunt komm in die Gruppe. Hallo? Hallo? Was soll das? Nee. Nege. Ge. Ge. Halt. Halt. Maul. Dafür sag mal was. Was. Oh. 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 Wie stößt du? Daddy. Bunt komm in die Gruppe. Mach das nochmal. Ja daddy. Ja Felix ist doch bei mir. Mach nochmal. Was? Was sollen wir machen? Nee, nicht Daddy. Doch, Daddy. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Ich glaube, das ist denn hergekrampt. Verpisst dich du dem, Philipp Weißnerf, verpisst dich du dem, Michael Asila. Geil, jetzt wird's dir gett. Zickreisen! Wir wollen erst nach den Spielen rauchen. Ich will die Weihnachtspartei, da bekomme ich wenigstens noch ein Schokoladenweihnachtsmund. Scheiße, ich hab meine Eltern noch was vergessen. Wir wollten ja das 10.000 Euro Lösung, so 30, ich komm gleich wieder. Ihr wollt mich ja durchnehmen, was? Ja, wollten wir, hier bis gleich. Wir sind Gegner, komm mit. Die Eltern wollen die durchnehmen. Let's go! Let's go! Mama, kannst du's mir ein Doggy geben? Halt, maulwund. Mäuschen, doch, er hat Mäuschen gesagt. Ich muss halt nicht sein. Nein. Du sollst mich mal selber rausschicken, Anna. Du sollst mich kicken. Und wenn du einfach auf HitRadio auf die Seite gehst. Alter, jetzt wird die Werbung gemacht für HitRadio RTL-Seite. Was? Werbung, ne? Ey, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich? Ja. Junge. Ja, das hab ich gesagt. Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Nee. Hey, wie los sind die denn? Die kriegen ja gar nichts auf die Reihe. Die sind so los. Warum habt ihr solche Gegner nicht? Wir kriegen Tryhards, das bestimmt. Weil du mehr Punkte hast. Und dadurch bekommen wir bessere Gegner. Oh, Junge. Ja, genau, Aua. Egal. Auch nicht, Bööö. Alle Rackpa-Freunde. Mütische SMG. Lilane Pistole. für real? ja ganz ruhig der Maufen deinen Hetzel zu schütteln vor allen Dingen ich hab den so geschüttet ich bin in den Reihen in die Box in den Reihen? Junge, Philipp hat auch wieder viel Kiss ich dachte die ganze Zeit du bist ein Mädchen Noll gar kein Front vielleicht bin ich auch ein Mädchen hast du noch Geschwanz einzuschicken? wir probieren ob das funktioniert ne wir probieren ob das funktioniert wir probieren ob das funktioniert ich tue ja die noch zu spielen Alter wie random ich bin da einfach dann ist einer ist ein anderes Team pass auf anders Team chill chill push hat 17er Hitz ist Nockt zurückhalten zurückhalten rückzug rückzug hab ein Nockt bekommen hab ein Nockt bekommen ich bin im neuen fokus-clan von eben rückzug rechtsradikale Achtung rechtsradikale Obacht Achtung geistbehinderte Kinder die durch sind zeig genau bei Punkt gut 2,2 2K Punkte wenn die da sieht die macht und wie läuft es eigentlich mit deiner Freundin es tut was legt mir tot auf Keller nein jetzt noch for real Statements ja ganz normal was soll denn sein tot oder Beziehung wie läuft starke gewaltig tot ach Boni jetzt schreibe ich dir ab das schreibe ich dir aber man könnte sagen ganz gut eigentlich ja dann schreibe ich die ist da krebs gestorben 0 getrackt aber dann kochen ich liebe es krebs best gamer 6 Minuten küsse war es nicht Corona da ist Corona der erste Corona infizierte hat er jetzt 5 ja der hat er so viele Kids oder hat er nur Assists bekommen eigentlich eine gute Frage ernsthaft jetzt mal von Gamersicht hat er Assists oder Kids bekommen ja und der Hit war auf jeden Fall aber beim Hit war ein Assists oder würde ich schon sagen boah ist ja auch so gerne Chicken Nuggets gegner 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 bei mir nein ich schaffte kein ganzes Kind deswegen es ist kein ganzes Kind ich esse schwarze reifen sind das hier gegner digger reifen einfach neben der reifen der ist weit der ist maximal weit wer ist der der ist gar nicht weit Kappi es ist Kappi Teilbrauch und er macht ratatata der Tingo ist gra das 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 und halt maul und das und einer wappaa ja ja ha 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 und was fährst du in die gegner ein einer war deiner ritz schweiz denke dieser bundeslegende schwöre alter walele walele für das deutsche vaterland ich habe überlebt ich habe überlebt und habe eine explosion geschafft ich habe überlebt also ich weiß nicht wie ab und du musst irgendwie zu mir kommen der beste spielers bett unser bester einer wahl ist alles gegen bund sterbe noch einer fast weit die karte mal mit ich bin froh dass ich überhaupt noch lebe einer fachstelle ich hätte fast hinter mir gebaut aber dann dachte ich so nö habe eine krone habe eingesammelt ich werde voll gefilmt von dahin sind gegner in titel die haben mich nicht mal gekillt und das ganze team Aber ich bin eine Legende. Nein, bist du nicht? Doch, hat die eine gesagt. Also der eine. Der, die, das. Warum? Mann. Wer nicht fragt, bleibt bunt. Wer ist denn das jetzt? Warum setzen jetzt zwei? Einer von euch, also Rick muss ready drücken, ne? Warum bist du bereit für das? Ja, ihr müsst Trio machen. Ist doch Trio bei mir. Ja, ich kann nicht mehr nicht aussitzen. Es ist Trio drin. Ist Trio. Ah, jetzt so. Los, raus. Auf jeden Fall, ich muss fragen. Unser bester Spieler ist man gerade. Danach ist er noch für dich. Boah, meine Luftkünste, die sind ja nicht mehr normal. Nee, der wichtigste Spieler ist hier. Und? Wow. Also, heute würde ich noch gerne Division 6 schaffen. Also, ich habe ja, glaube, 11 Kronen-Siege. Ich habe 11 Millionen. Und das ist das was? Ich habe 11 Millionen Reliefkirche zu mir. Was? Habt ihr auch so eine geile Krone? Ja. Schischa. Drop mal. Drop, drop, drop. Drop, 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 drop. Wenn du mehr Sieger als ich hast, nö. Ja. Auf erster Count habe ich mehr. Auf erster Count habe ich über 20. Ja, der ist mit Bot-Account gespielt als Maul. Nein, glaube ich nicht. Nein, Philipp meine ich. Nee. Er hat mich mal über 20. Auf erster Count? Da war ich doch dabei, da hast du mit Bot-Account gespielt. Nee. Ich kann meine Wit指 nicht вот tun. Dernleid dernleid. Dernleid dernleid. Ja. Jetzt sind's durchschreiben. Dernleid dernleid. Dernleid dernleid. Dernleid desnleid. But im Lau. Oh nein. aber immer aber immer Alexa halt halt jetzt redet die ich sit hier in der boring room schattelte afternoon time nothing to do Tee weil er bekommt aus der chest das verarschte digger verarschlochung doch philipp was soll man denn machen man kann mit einer pamp nicht gegen die mp gewinnen das ist unmöglich dass du bist gut bin ich auch ich besser als alles andere auf der welt wird fachschirm an einem nugget zäger bunt rast ist aus bunt bunt und drop die mbombe sofort der gary gut ja alter philipp weiß wer online ist bunt ja erst beigetreten ich weiß schon dass sie voll sind ja ich krieg ihn auch mit hier hallo ja hallo bist du 10 ja ja 1 a 180 halbshot snap da ich hab dazu geguckt hast du nicht da hat markiert neff ninja grad gefragt wo ich habe aber keine money für AR neff ninja du bist im nächsten stream dabei okay heute bist du leider schon voll hat Spaß gemacht mit dir zu spielen die Arme ich hab zwei schluss für die AR doch der ist 10 der beleidigt jetzt seine mutter erst mal danke kannst du mir auch bisschen was geben weil ich hab gar nicht mehr für was für AR ich hab alles dir gegeben danke philipp sie hat dir alles gegeben er es hat dir alles gegeben und du gibst ihr nicht zurück wirklich ihm nicht zurück so ehrenlos epic hä wieso ist denn travis nicht drönen warum wollen jetzt das mein sinn ey epic pick me gegner oder das ist eine elite agentin i guess ich hab sie gekillt ich hab sie gekillt ich hab nur die elite agentin i guess bitte das ist noch eine elite agentin nein die haben sommerferien durchgespielt büros crack wenn ich den Namen schon lese krieg ich Aggression ich hab die lyrics von lion sleeps tonight warte es lädt noch es lädt immer noch in the jungle the night jungle the lion sleeps tonight in the jungle the quiet jungle the lion sleeps tonight in the jungle the quiet jungle the night sleeps tonight ich muss aua ich muss aua geh mal du musst trusten ja das war ein Hurenster das war ein Hurenster hihihihihi hihihihi 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 hihihihihi ja ich muss jetzt erst mal essen ist jetzt aus bund bund ja was denn da passiert das ist noch witziger das ist jetzt aus und alexa ich höre absolut gar nichts die ist einfach explodiert lautstärke 20 ne alexa rufe bunt an hast du das mit den anrufen drin ne ne alexa zeitbombe das weiß ich leider nicht so scheiße alexa selbstzerstörungsmodus selbstzerstörung in zehn acht sieben und pass auf russland 3 2 1 jetzt kommt für euch alexa wer ist travis laut wikipedia travis ist eine schottische rockband aus glasen die hauptperson des paris texas von den bänders zu beginn der 1990er jahre alexa in kim bagdad in kim bagdad alexa ach die muss jetzt erstmal neu hochfahren weil es sie rausgeschreckt hat weil sie mich abgefasst hat bei alexa wie wird man türke ha ha muss ein bohme nehmen und dann alle wuppa bis gleich noch mach mal Musik an ach 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 copyright musik ach lex mach russisch rippern ok schick schickern schickern er ist denn ich ich oh ich 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 liebe piste die das besser als dmp und copyright werden von spotify abgespielt bunt bunt was war das was war das bis gleich bis gleich bis gleich bunt niger schickern niger schickern niger schickern niger schickern niger niger aber ein krumm fahren friger ich mach jetzt noch was geiles niger oh ne nie ich werde jetzt auch kaputt niger ins n o n Wenn jemand will, lauten nach meiner Map sollte Mord durch Lea auf X-Fach stellen. Mord durch Lea. Die heißt Mototella, was? Cracked! Komm, Mototella. Mototella. Ich mag dich. Danke. Oh, carried. Ich muss kurz ein bisschen hier gönnen. Aber scheiß drauf, Digga. Die Gutsch war. Gegner. Ja, ich weiß. Ja, what the hell? Wo denn noch überall? Wo bist du? Ah, da. Ja, die werden mich safe-finischen. Komm her. Ja. Lea, hol die. Ah, ne, Ella. Einfach Lea. Ah, mein Name, die Ella. Ich bin ja. Du und was? Afrikanische Affe Ah, Gegner, um ihn Gegner Ah, du heilige Makrede Heilige Makrede Alexa Ah, hier ist schon Roman, der ist der größte Tryhard-Ding Alexa Alexa Hey, komm, den holst du Philipp Ich hab grad nicht verstanden wie Gertschuh, sondern Fuck you Guck mal WhatsApp und frag nicht, warum ein Controller auf dem Boden liegt Hast du ihn? Ja, Daddy Oh Philipp Was? Komm her, komm her Philipp Nee, hier sind noch mehr Oh ne Wenn du mich heilen kannst, dann komm her Philipp ist Poco 14 12 10 9 8 6 4 2 Ich hab noch einen Ich hab vier Leute geholt Ich hab vier Leute geholt Ich aufhören Ich die alle bekommen hab 3 Uhr halb ab heute Abend wird so geil Ja vor allem wenn ich so on fire bin, what the hell ist Ist so Ihr könnt eigentlich mitspielen, das ist wie ich mit Sharon Verlippner Affe Und äh, der andere Affe Kann jetzt zusammen spielen Affe mit Waffe Ja Es gibt einen YouTuber, der weiß Der hat meine Lieblings-Youtube-Kacke gemacht Warte, wie ist die YouTube-Kacke, die kann ich nur empfehlen, das ist die geilste YouTube-Kacke, die ich je gesehen hab Da ist so Artikel 13 Demo kombiniert mit Thanos Also ich feiere ja tonverendet Ich mag ähm, keine schwarze Der ist ein YouTube-Kacke-Creator, was hat denn der eigentlich erst jetzt zurückgeladen Hey, eigentlich müsste ich da auch reagieren Affe mit Waffe Ja moin Digga, drei Leute Pcerlaim Pcerlaim Muscle darf spät Pokémon Go In 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 Man, Bunt halt die Fresse Niemand hat mich gefragt 東 Der labert die ganze salle irgend ne scheiße, man ist im Fight Was, Was falsch mit dem Typen Gigatio O O O O Jetzt schickt er mir etwas. Einen pornografischen Link. Ach, zäger. Mann, du zur Scheiße, Philippe. Abo. Philippe, schreib mich einfach. Abo. Junge, habt ihr Spaß? Axel Voss. Ja, okay. Einer muss aussetzen. Könnt ihr euch entscheiden? Ich komm gleich wieder. Philippe, bist du Abo geil? Wer? Philippe. Bunt, Mom. So Abo geil. So viel zu, du machst privat. Ist so. So, bevor ich hier gehe, erstmal will ich wissen, wer hier Tisch kalter ist. Alter, wer ist er? Was denkt er, wer ist? Das ist nicht aus meiner Seite. Ganz einfach. Ganz einfach. So machen wir das heute. So, jetzt mach ich weiter und komm gleich wieder. Krass! Oh, Affe. Oh, Affe. Alter, Affe. Affe, gib mir mal deine Nummer. Affe. please! FEVg, gib mir zu Affe! Nein!? Hello... can you hear me? Can you hear me now? Affe krieg ich da nur noch? はい, is Affe ein Mädchen? Oooohh, Blaze! sollte er ich sag dann wäre es ja ein weib schaffe panda jetzt wird es ganz 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 könnte aber schreibt lag was für mädchen ich hieß mal auch wenn mit waffen ja da hattest du noch eine fette waffe jetzt in mein bund geprägt was in mein benz ich was zum essen machen schreibt aber er muss für uns kochen ich werde ich töten was weißt du ja 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 das ist zu spät nein ich habe so die landung verkackt ja ich habe eine pistole vor allem da muss man die tür aufmachen weil den kater raus will und dann bist du tot also ich finde auch geil dass rick ja gut das gefällt mir ach so wir sind ja ach so wir sollten nicht hä hä aber philip hat auch tiltet markiert ja ja nee ich bin gar nicht im match welchen match bin ich überhaupt bin ich in deinem bundspiel nochmal ich bin doch normal weil auch ein bisschen abackt das war schlecht ich habe nicht meine waffe ich bin tot so ein backfisch und das sind die großen freiwillig hast du gesehen wie man ins gleich weg geflogen wirst das ist ein zweiter das ist eine lüge hund bist viel bunt du hund werde ich das hier überleben statement auch schade ich habe das zettel raus geschafft dann komm zu mir mama hier ist die hölle hier ist die hölle bitte komm zu mir was komm zu mir bunt ist die hölle ja wtf wie ist er in mich reingekommen so bad hier sind drei leute ja philipp war wieder los diga was ist ich habe gar nichts verstanden du musst deutlicher reden genau macht ich aber hilt das war in k ja ich man es ist ein eher alexa kannst du meine karte holen das könnte deine frage beantworten die ortsvorwahl von strehler ist nur drei aus ganz aus alexa wie ist meine telefonnummer die alexa veronikas telefon angerufen das ist gar nicht nein das macht das nicht auf damit haben ruft jetzt meine mutter an es war mal dass die zuschlusdings von meiner dosis in die dose reingefallen sag mal extra du bist halt ich muss die ausstecken weil sie meine mutter angerufen hat ja die gut als exer wollen wir streiben Alexa, du bist heiß. Schön sein. Mir ist Intelligenz wichtiger. Alexa, du bist dämlich. Das finde ich sehr schade. Vielleicht kann ich etwas Musik für dich spielen. Nein, warum? Warum? Du das nicht. Ich sag Alexa, du bist dämlich, sie sagt ich spiel Musik. Hä? Ja, egal wie du bist, bist du lost? Alexa, du hast dich ja gesehen. Alexa, du hast dich ja gesehen. Ich gebe dir jetzt Gruppenatmen, weil ich jetzt aussetze, ne? Ich krieg dich nicht. Ich komme gleich wieder. Und wenn irgendjemand eine Scheiße labert, dann kriegst du den bitte, okay? Du hast mir den gefallen. Und was, wenn ich eine Scheiße labere? Dann bringe ich dich um. Viel Spaß. Verhalten. Entfernen. Alexa, Philipp ist scheiße. Hm. Darauf habe ich keine Antwort. Das habe ich an dieser Stelle auch noch gehört. Watche, alle Kliekvereine. Davektal. equivale Datumsệder der anderen Seite entgegeben wird. Trem. ducketal. lägen, du kannst jaerweise wieder schlappen. es ist zwei Okay, der ist wieder referring corruption. Ja, in den Schreien kommt er dann fest, glaube ich. Zurück werde ich Affe. Affe, kannst du mal reden? Einmal ganz kurz reden? Will nur einmal? Dann fühlt er mich da aus, dann weiß er nicht, wie du dich anlässt. Bitte Affe. Affe, bitte! Schieb eine Sprachnachricht. Auf Discord. That's me not time. Tschüss, how is my goodbye? Alexa, Laustärke 5. Alexa, Spiele auf Spotify. It's Mila time. hat das so landen oder dass sie dann jemand und die er für den muss mir helfen ganz streng und ich bin der Mülltonne drin und habe keine Waffe und bei mir ist ein genockter Gegner Affe ich bin zu dir gepattet Stark Affe Sweater Red, Renegade, Renegade Lass sie pushen oder Affe neben uns muss auch zu bauen ich habe noch drei Schuss Ich habe keine Metz Das ist rein da Ich habe nur noch zwei Schuss Arthorn Ich habe keine Metz Ich spiele auf Joy-Cons, weil mein Switch gerade lebt, ne? Aber first, tut mir leid, wenn wir sterben. Das war los. Aber ich habe leider nur Joy-Cons. Ich kann nicht mal richtig sprinten auf den. Das ist so abfakt, Digga. Diese Joy-Cons, mein Controller. Nicht geht. Das baut nicht mal. Edit hier doch. In 10 Stunden nicht editiert. Ja, Digga, diese Joy-Cons sind zu verranzt und ekelhaft. Wo ist der? Digga, verpässt dich doch, ich habe keine Papen mehr. Ja, finde ich gut. Seit mal dazu, Affe. Die wurden einfach geworben, pappt. Also gar keine Chance, die zu mir überleben. Ich hätte auch, lass warten, bis Philipp da ist, damit man ein Switch schlagen kann, weil auf Joy-Cons bringt es nix. Das lohnt sich nicht, auf Joy-Cons zu spielen. Sterbe ich nur. Nun bringe ich nichts. Ich bin wieder fast. Ich sehe nur ein Chat, die wir rausbauen können. Das wird vorbei, wenn ich jemals wiederkomme. Alter, geil. Du weißt doch nicht, was der gemacht hat, aber lass den Meerband. Ich sag einfach, das beleidigt. Mann, Digga, wo du komplett in der Fettzeit. Affe, du weißt, wo du online kommen musst. Ich bin Bräule of Stars. Ich bin Bräule of Stars. It's later. Darf er so always mehr dabei. Ich mach hier Schadens-Gear. Ich hab kein anderes mehr. Oh, ach, für schwierig. Eigentlich ist Gale ganz okay, aber ich würde sagen, du spielst... Hm. 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 Du könntest Pam spielen, in der Theorie. Probier mal Pam einfach raus. Ja, nicht, spielst du Mr. P... Äh, Gale. Aber probier erst mal Pam aus. Ich hab mir den Key heute Random Port 10 gemacht. Weil ich für den Power-Punkt im Shop hatte. Na, ich hab schon wieder Lags. Das ist doch schon wieder scheiße. Da ist ein Automat. Ja, und wieder heißt. Hab den noch nicht mal freigeschalten. Ja, der Automat ist hier noch irgendwo. Glaube ich. Ich bin mir jetzt sicher, aber... Ja, da ist der Automat. Der ist nur, der ist schlecht. Oh, 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 oh. Das ist gar nicht gut. Ich würde das. Und aufpassen. Nein, nein. Dünner Mike ist das schlimmste Brawlandspiel. Ich glaube, hier ist noch dieser Bären-Brawler irgendwo. So, Affe, du musst jetzt den Wind carryn. Ja, hier ist so abfuckt wieder die Runde. Wir können die bekommen. Der komische Roboter wird aber schwierig. Ja, und dann fucken die uns ab. GG. Wow, ich krieg Minus. Geil. Affe, geh weg. Du an was. Ach, du Heilige bist tot. Schade. Minus 8. Das tut gar nicht gut. Ich spiel einfach mal. Ich spiel den hier mal. Spiel du mal. Ja, spiel du eigentlich weiter. Passt schon. Passt schon. Scheißfälle. Zack, zack, zack. Das ist so ein Ding. Keine Ahnung, wie der heißt. Ja, wahrscheinlich ziehe ich mir mit euch. Eistler. Findest du mal einen Skinner vor? Der hat Millionen von Euro gekostet. Ich finde, du bist ein bisschen anwaltig gegangen, aber... Ja, ist schon okay. Bunt. Affe, gut. Bunt. Wir müssen ja jetzt erstmal warten, bevor wir noch hier random Teams wieder auf uns ziehen. Bunt. Aber das Kind ist gut, oder? Bunt, 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 Bunt. Bunt, du Hund. Ich glaube, der ist wieder da, weil er redet nicht. Bunt, ich rede. Halt die Maul. Ja, klar. Ja, man kann das machen. Vielleicht ist er stummt, oder dann hättest du raus, oder sowas. Ich werde dich ficken. Mein Regen wird angezeigt. Bist du lost? Nee, ich stumm. Nee, warum soll ich nicht stumm? Ja, selbst bin ich gestummt. Ich bin fast entfernt. Äh, Affe, dreh dich mal, wenn du... Philipp redet, Philipp? Nee. Dreh ich mal. Affe, dreh ich mal, wenn du... Philipp redet. Halt die Maul. Halt. Ja, wir werden wieder gefokust an beiden Teams. Hund, du bist ein Hund. Scheiße rum. Ey, das wird angezeigt. Bist du dumm? Bundesdumm. Ab, ah, so. Philipp redest du? Ja, ich rede. Philipp. Halt die Maul. Ja, dann halt nicht. Ganz ehrlich, Digga. Warum redet der nicht? Ja, safe. Wie Opfer kann man denn sein? Ja, ich melde dich, okay? Möte schreiben an den Chat. Nicht mit denen. Meldung. So. Ein Spielermann. Philipp? Philipp? Also Streamer redet sehr, aber ich höre ihn ingame nicht. Und ich weiß nicht, warum. Ist dieser verbuggt? Digga, es wird angezeigt, oben, dass ich rede. Wen will er verarschen? Ich kann nicht testen, ob er redet, weil Affe redet ja auch nicht. Ich weiß nicht, ob sie da bei mir verbuggt ist und ich wieder nichts höre. Das ist scheiße. Aber Affe hört mich ja auch nicht. Es wird oben angezeigt, dass ich rede. Ist der Typ. Also hören tut man mich auf jeden Fall. Affe hört mich auch. Ah, das ist ja mein Headset verpackt. Das ist doch so abfuck, ganz ehrlich. Kauft man sich ein Headset für 60 Euro und nicht mal das funktioniert richtig. Dinko Bro, was geht? Keine Ahnung, ob er noch da ist. Ich schätze jetzt mal nein. Aber trotzdem, weil ich wirklich bin, sage ich Hallo. Dann steckst du euch ja mal raus so ein. Philipp? Nein. Check. Hast du gerät oder nicht? Ja, ich rede die ganze Zeit. Ja, man hat dich nicht gehört, weil so ist dich nicht. Das ist aber scheiße, wenn jemand anderes drin ist, weil dann kann ich nicht prüfen, ob es an mir liegt. Sondern, ja. Vor allem das Reden wurde oben im FN-Kanal angezeigt. Daran habe ich auch nicht gedacht. Junge, ich kämpfe gerade mit meinem eigenen Laufen, weil mein Controller lädt. Ich gucke, siehst du, wie ich laufe? So wie im Bund halt noch. Ja. Also bist du jetzt wieder da? Wie lange stehst du noch? Mal gucken. Nicht mal lange, oder? So aufzustehen, das ist scheiße. Wenn ihr den Palmkant findet, markiert mal bitte, ich habe keine. Wenn ihr Ehre findet, markiert mal, ich habe keine. Na, das stimmt aber. Ah, kurz Minecraft ins Bett legen. So. Wer wäre da? Ja, sagen sie alle. Ja, ich bin hier bei Minecraft.fk. Da steht. Ja, safe. Soll ich bitchingen? Nee. Ich stehe auf k. wegen meiner Eisenfarmen. Ich glaube es ja nicht. Ich stehe auf k. Eisenfarmen. Meine Eisenfarmen funktioniert. Ich habe mal gehört, irgendjemand will auch eine Eisenfarmen in Minecraft bauen. Philipp! Philipp! Keine Ahnung, was jetzt schon wieder ist. Philipp! halt das maul was hast du gesagt ja da gibt es ein problem wenn jetzt los bin deine arme mom der er hat nur gesagt meine haare trennen bitte helfen hier ja für wir brauchen benzin unser neues auto abläuft lieber den namen oder für unser lambo wurde geklaut aber wir fliegen fort jetzt lernt zu fliegen fort nein nein ich habe schaden bekommen ich heiße benzinbund wir brauchen medizin das ist nicht das auto das ist ein scheiß auto und welche auto von norma jetzt war ich überhaupt norma wisst ihr kennen gibt es bei euch den laden norma ja los dann gehen obdachlos einkaufen keine ahnung jetzt lernt zu fliegen fort auf wir haben fliegen gelernt auf verbauen der rampe auf verbauen der rampe stark ich lerne zu fliegen fort hat es gelohnt auf das ganz hoch auf den berg für fort fort jetzt lernen wir fliegen fort nein jetzt bringt es auch nichts mehr affe gegner scheiß drauf die gibt es gar nicht doch bei rolle jetzt lernen wir fliegen fort nein also hauptsache affe steht immer rund auch heute ja ja wir gehen ganz hoch auf kaum der komplex fort nein da müssen wir hin wo ist das müdliche upgrade chest jetzt lernen wir fliegen jetzt lernen wir fliegen macht du radio aus bunt ich hab nicht reingedacht dass du noch da bist ich dachte bitte weil du gar nicht geredet hast das hätten wir machen sollen als philip nicht da war aber nein wir mussten ja das spiel das ist das auto scheiße wir brauchen eigentlich ein quad ist besser zu fliegen also 180 sekunden kann ich mich noch verfahren warum schliffst du auch einfach wirst du auch fliegen vor philips karte holen kriegen wir 50 euro pro nasa habe ich glaube auch dafür du musst wetten ne i swear to god i swear to god you stupid bitch so jetzt töten wir die und wir überbooten ich spiele aber immer noch auf joycon weil mein controller immer noch late also haben wir verloren praktisch bist du und du da da ist ein gegner wie spielt man bitte auf joycons wie habe ich jemals auf joycons irgendwas geschafft ich wurde geconed schade dicker ich kann nicht mal bauen auf joycons ich kann nicht mal jetzt hier auf joycons stark stark die der die 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 hat nicht geschossen stark an den bist du gestorben die waren doch ganz schlecht die pampa hat nicht geschossen obwohl ich dreimal auf ihn gesteht hatten aber nein vorhanden denkt sich so und du darfst nicht schießen so rein so und so dass ich würde sagen heute zweieinhalb stunden stream bis 14 Uhr kommt der nächste live stream ich wünsche euch